Herzlich Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Janina Wissler und in dieser DVD werden die besten Übungen für Bauch, Beine und den Po gezeigt. Das sogenannte Trio vor der Eins. Ach, das klingt schön. Ich sehe es vor mir. Ich stehe jetzt am Stand von der Firma Ubisoft, einer meiner ganz besonderen Lieblinge. Denn hier wird heute der Top Salon Award 2013 verliehen. Und wie man hinter mir sehen kann, ist hier die Rennstreckengestalterin Michelle Mouton. Und ich führe euch gemeinsam mit Michael durch die erste Online-Lounge-Show von Adobe im deutschsprachigen Raum, eigens auf die Bedürfnisse von Audi-Kunden zugeschnitten. Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte der Sicherheitskarte, die sich vor Ihnen in den Sitztaschen befindet. Und damit ich gleich direkt mal auf den Punkt komme, du bist ja Spezialist für Photoshop. Wenn sich Models bei euch bewerben, wie sollten sie es im besten Falle tun. Ich sage Tschüss, freue mich aufs nächste Mal. Unter diesem Link erreichen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.